eingemachte karotten mit knoblauchzehen und karotten mache ich jetzt mal nach paar tagen eingemacht ein glas auf probieren snack für zwischendurch und so gesund die karotten und der knoblauchzehen auf der zunge mit viel olivenöl eingemacht und salz und ein ganz kleiner schuss essig nur ganz wenig weil sie meine kinder nicht mögen es ist ganz dezent das mögen meine kinder ist es lecker und gesund